Moinsen Leute, willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Letztes Mal habe ich die ersten lila Kometen abgeschlossen, damit geht's auch weiter. Zwölf Sterne fehlen noch. Noch mal zur Erinnerung. Die werde ich nicht alle in diesem Part schaffen, gehe ich jetzt mal von aus. Ich wäre schon froh, wenn ich so vier, fünf Sterne schaffe. Im Anflug auf lila Komete, zum vierten Mal, glaube ich ja. Die lila Münzen der Riesenfestung. Und hier kann ich mich tatsächlich... Ah, dann war es doch diese Plattform hier, in der ich tatsächlich, glaube ich, alle Münzen sammeln muss. Direkt beim ersten Versuch. Ansonsten ist, glaube ich, echt ein Leben direkt weg. Aber es geht aber nicht auf Zeit, ne? Neh mal Sternstaub mit, um die Dinger eventuell abzuschließen. Ich weiß nicht, ob ich alle so Münzen sammeln muss, ob da mehr als hundert sind, das kann auch sein. Das war auf jeden Fall in ein paar Galaxien so, dass da mehr als hundert Münzen waren, die man nicht alle sammeln muss. War schon ein Großteil halt, weil das wäre es ja auch so einfach. Ey. In die Mitte, äh Mario, ich will schon Luigi sagen, aber Mario natürlich. Luigi war hier versteckt. So. Ich krafte mich mit. Die zusätzliche. Aber auf dem Kopf ist immer so ein bisschen... Wenn die Kamerabombe ist in dem Spiel, ehrlich. Deswegen kam ich damals darauf, dass ich da auch ein Rückwärtsalto machen kann, eigentlich auch. Weil es einfach die Lila Münzen einem vorgaukeln. Oder vormachen. Oh, der Sprung geht ja noch höher hier. Boah. Perfekter Sprung, ey. Hat er alle Münzen gesammelt, scheinbar? Okay. Also da bin ich mir recht sicher, das habe ich damals so oft verkackt. Und dann sagt der Hausmeister nämlich, ja... Oh Gott, du hast es ein bisschen in dir durchgehalten. Ja, der killt einen dann einfach. Meine ich. Der Roboter. Hat er in diesem Fall nicht machen müssen. Da freut der Mario sich zurecht. So, damit ist der... Die Kuppel auch komplett, glaube ich, ne? Ja, nichts speichern. So, der nächste ist in der Küche, in der Phantom Galaxie. Oh, ja. Das war so ein... Wiederquit, das nehme ich jetzt einfach mal von weg. Ihr seht gleich, warum. Der war für mich so ein Problemfall, ey. So, dann... Ne, ich werde abkürzen ein bisschen, ich werde gleich da hinfliegen direkt. Dafür habe ich ja den roten Stern hier. Na, du EG. Ich habe dich gerade schon erwähnt, ich weiß. Wünschlicherweise, du bist ja noch hier auf der Sternwarte. Er ist komischerweise nicht zurückgekommen, ne? Im Abspann. Den hat man halt nicht gesehen. Oh, komm, ich kann da einfach reinfliegen, so. Easy. Warum landen, wenn man auch einfach durchfliegen kann? So, Phantom Galaxie. Lila Komet. Das wird jetzt ein Spaß. Aber bei dem hatte ich damals echt richtig Probleme. Mal gucken, ob ich ihn diesmal besser hinkriege. Weil da ich halt das Spiel schon ewig nicht mehr gezockt habe, wird das, glaube ich, echt problematisch. Die Lila Münzen im Schweberaum. Also hier seht ihr schon, das ist so die Stelle mit dem, äh, Buhu-Wettläufer. Bisschen abgeändert. Das ist jetzt nur noch die Lila Münzen, die zusammen sind. Das ist eine schöne Aufgabe jetzt. So, ist hier Sternstopp irgendwo. Habt ihr eben gleich noch gesehen. Da hinten. So, nehm ich eine Minute Zeit nur. Oh, der war sogar nicht gut. Der war scheiße. Oh. Haben ein paar Minuten mitgenommen. Das ist eigentlich auch nicht ganz so schlecht gewesen jetzt. Da wird, glaube ich, zeitlich schon nicht mehr hinkommen, ey. Ja, komm, lass mich doch da durch, Mann. Ne, das wird nix. Ich muss doch noch den Stern sammeln. Oder? Na, ist das Ding weg gewesen. Scheiße. Ne, das wird nix mehr. Nice. Ja, komm. Wie schade. Ich sag ja, das ist immer so ein Ding gewesen, da hab ich Probleme mit gehabt. Jetzt wisst du auch warum. Noch einmal, bitte. Der war gut, der, der, äh, der läuft jetzt da eben. Oh, jetzt kann man hier bitte ganz still bleiben. So, jetzt kannst du da durch, Mario. Das war nicht so clever jetzt. Mann. Das sieht doch diesmal besser aus, eigentlich. Hier noch die paar mitnehmen und dann, da ist der Stern auch direkt, geil. Zehn Sekunden, warum hab ich mich grad so doof angestellt? So, perfekt. So, perfekt. Zweiter Versuch. Das ist schon gut. Das war nicht, wir haben auch hier nicht alle 100 Münzen. Das sind, hier sind deutlich mehr. Äh, in dem Schweberaum, aber trotzdem 100 Münzen in 60 Sekunden mit diesen, äh, Greifstern ist schon nicht einfach. So, wo ist denn der nächste, ist der hier, der nächste Komete, ich hoffe. Natürlich nicht, da muss ich nämlich wieder schön irgendwo langlatschen hier. Ja, wo bin ich hier in dem Schlafzimmer wahrscheinlich dann? Am besten halt ist es nämlich direkt in der Nähe. Das war ein bisschen nerviger jetzt, dass sich die Kometen halt immer, dass die nie in der gleichen Kuppel jetzt auftauchen, so wirklich. Das heißt, wahrscheinlich nach dem Schlafzimmer darf ich direkt wieder in die Küche. Dann wieder zum Schlafzimmer, das ist halt echt ein bisschen nervig. So, welche Galaxie haben wir denn hier diesmal? Die Windgarten-Galaxie. Das war doch bestimmt auch wieder irgendwann auf Zeit. Bestimmt in dem Hasengarten, da, wo ich den Hasen fangen musste, halt. Niedermünzchen-Würfelgarten, sag ich doch. Wenn da nichts auf Zeit ist, weiß ich auch nicht. Wäre sonst viel zu einfach. Musik ist auch schon wieder darauf andeuten, dass es wieder ein bisschen... ...grasant hat sie geht. Zwei Minuten dreißig, aber immerhin. So, dann hier. Schnauze-Gumma. Hat sie nämlich auch noch mit, natürlich? Hallo! Wie mit Mario, so. So. Ich dachte, die drei Münzen am Anfang nicht vergessen, die da oben an der Ecke waren. Und die hab ich auf dem Schirm erstmal. Dün, dün. Hallo, nimm die Münze doch damit, Mann. Mein Gott, Mario, ey. Und ich hab mir jetzt die Hälfte dann... Oh Gott. Was ist das denn jetzt hier, ey? Okay, irgendwie ist da die... ...die Bretter sind irgendwie länger als sie... ...oder breiter als sie aussehen. Ich bin schon zwei Mal runtergelaufen, trotzdem da oben gewesen. Da meinte ich jetzt gerade eben. Ich glaube, jetzt kann ich mal unten bleiben einmal. Genau. Aua! Das ist ja jetzt viel. Die Münzen füllen auch die Lebensanzeige nicht wieder aus. Das ist auch nicht so blöd. Was mach ich denn da? Warte mal, hier sind noch welche. Vielleicht die letzten hier? Plus die drei da oben in der Ecke? Ich glaube schon, ne? Das ist schon 90, ja. Oh, kommt hin. Achso, Mann, hier sind wieder deutlich mehr als 100, okay. Okay, das macht Sinn sogar. Halbe Minute noch. Da ist er schon. Oder oben, die drei, okay. Wusste ich jetzt zum Beispiel nicht mehr, dass hier mehr als 100 sind. Weil die hätten doch locker einfach 100 Dinger verstecken können. Einmal alle Seiten ablaufen und dann hätten wir es auch gehabt. Das war schon der dritte Stern jetzt in dem Part. Wie schlecht, ey. 111, Schnappszahl. Muss ich jetzt einen ausgeben? Ich hoffe nicht. So, hier ist die Karte. Ja, wie sag ich doch, Küche, Glasstrand, Galaxie jetzt wieder. Ach stimmt, da waren ja auch nur zwei Galaxien. Da war ja noch die Testblase. Ach komm, nur mal halt die Klappe. Da oben. So, dann mach ich jetzt noch die Glasstrand-Galaxie auf jeden Fall und dann mal gucken. Das wird jetzt wieder so eine Galaxie, wie das Honigbienenkönigreich. Da muss ich ein bisschen mehr suchen. Oder ist das halt tatsächlich oben bei den Toxboxen und Steinblöcken? Wenn das Ding versammelt, ich weiß es gar nicht mehr. Das wäre aber schön blöd jetzt. Der vierte Liederkomet in dieser Folge. Lieder Münzen am Strand, okay. Damit kann ich ausschließen, dass es bei den Blöcken da oben ist. Ach je, ey. Hier kann man echt schnell einen übersehen, glaube ich. Sind die auch im Wasser? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hoffe nicht. Da oben scheinen welche zu sein. So, hast du noch was zu sagen? Die Schwimmplaste unterrichtet sich heute selbst. Guck mal, jetzt habe ich es damals, als ich das erste Mal hier war, gezeigt, wenn ich mich hier so rundenlang schwingen kann. Dabei kann ich auch einfach, ich das jetzt auch zeigen können. So, dann gehe ich hier runter wieder. Genau da wollte ich landen. Also nicht genau da, aber auf der Insel. Sehr klein. Wenn du nach lila Münze suchst, im Meer sind fünf Stück davon. Okay. Gut zu wissen. Ich kann mir die jetzt helfen, dann gehe ich zurück zum Pinguin und dann... So, ich meine, ich setze hier keine Zeit mehr, dann wird das schon mal etwas entspannender. Oder entspannter. Entspannter nicht unbedingt, aber entspannter. Da muss ich dann auch gleich noch hin. Aber erstmal jetzt hier ins Wasser. Wo sind denn hier die Münzchen? Da ist eine. Längst ist die zweite. Habe ich gesehen schon. Na. Bist du die wohl mit, Mario? Hallo. Bist du doof? Sag mal. Sie dreht die Kamera sich aber auch nicht mit, ne? So. Zwei, drei ist links auch gewesen wie die nächste. Eine ist doch schon hier bei den Ahlen, oder? Okay, doch nicht. Da ist eine. Da ist die vierte. Wo ist die fünfte? Darf ich nochmal um? Da hinten in der Ecke. Okay. Schnell zu übersehen tatsächlich, muss ich sagen. So, und jetzt kann ich hier raus wieder. Oh, da oben ist auch noch einer. Bei den Figurien. Hier sieht man aber auch ganz schnell. Was hast du eben noch gesagt? Schau dich gut um mit dem Shirk. Okay. Nicht vor. Vielleicht komme ich da nicht so hoch. Schade. Mit der Schaukel hier. Ey, Mario, ich bin jetzt hoch da. Das ist wahrscheinlich auch so gedacht, oder? Ja, komm. Auf jeden Fall so gedacht. Zack, habe ich die auch. Halt mal nochmal noch ein paar. So. Ja, was gibt es denn noch so? Oben muss ich noch hin? So, gehe ich jetzt auch quasi hin? Ja, okay. Die sticks mehr, oder? Ne. Okay, dann kann ich direkt hier hoch gehen. Oh, auf den Palmen auch noch. Ach, Sprungfeder habe ich hier. Okay. Wenn ich da hochkomme, wahrscheinlich. Ist ja Mario einfach zu klein, ey. Um die so zu kriegen, was soll. So, hier auf den Palmen muss ich auch nochmal gucken. Gut versteckt hier auf jeden Fall. Ach, da ist ein Pinguin sogar. Schau dich an einer hohen Stelle gut um. Ach, da ist auch noch einer in der Ecke. Boah. Am Ende fehlt mir so einer, wie das geht auch die hier. Da tut man sich dann aber auch dumm und dämlich, ey. So, die geht jetzt auch mal so hoch. So, hab die Munze. Dann muss ich da lang. Ey, Mario ist gerade gelaufen, der Sprungfeder. Wie ist das denn? Oh. Was bräuchtet ihr überhaupt die Sprungfeder für? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, der macht da keinen Wandsprung, der Mario. Und zack, bin ich oben. Da wird jetzt hier erstmal ein bisschen die Sprungfeder. Oh, scheiß drauf. Ich kann die auch hier loswerden, bitte. Vielleicht wird es jetzt nochmal laufen. Das geht dann ein bisschen schneller. So, noch 16. 15, entschuldigung. Die haben auch alle hier oben. Ich hoffe doch, ey. Ey. Wie kommt man so hoch einfach ohne Sprungfeder? Das ist eigentlich echt blöd gemacht. Das war ja nicht im Sinne des Entwicklers, würde ich behaupten. Komm ich da nicht hoch ohne Sprungfeder? Oh, ich glaube auch, Tor ist die Frage. Es fehlen noch voll viele Munzen. Was sind die denn alle? Neun Munzen noch, hä? Da sind welche, okay. Aber doch die Sprungfeder. Okay, das haben sie doch clever gemacht. Ich finde aber immer noch sieben Stück. Ach, da hinten. Aber vier. Ich hole mir jetzt mal die Sprungfeder, hole mir die Dinger hier. Ach, hier sind bestimmt auch noch welche. Warte mal. Ja, okay. Doch auf der Palmier. So, runter da. Boah, da kriege ich mir fast höhen Angst, ey. So, da haben die letzten vier da unten. Einmal ins Wasser. Hey, geh da hoch jetzt, Mario. Doch, keine Faxen mehr. Ja, die kann man gleich schnell übersehen. Vielleicht muss ich da wieder hoch. Ich sehe schon, ey. Zum Glück ist der bei Pinguin, ey. Der Stern. Jetzt ist der Panzer erst kaputt gegangen. Krass. So, vielen Dank, lieber Pinguin. Also, ich würde sagen, ich mache an der Stelle Schluss für diese Folge. Jetzt noch einen reinzuknallen, einen Niederkometen. Das dauert dann, glaube ich, doch zu lange, auch wenn es ein kurzer sein könnte. Daher bedanke ich mich an der Stelle fürs Einschalten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Oder geholfen, je nachdem. Wenn ihr es selber durchzocken wollt oder so, ne. Und ihr wie Hilfe brauchtet. Ich hoffe, ich konnte dann auch helfen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Und abonniert meinen Kanal, da verpasst ihr nichts. Auch die nächsten acht Sterne nicht, die noch fehlen. Euch auf jeden Fall noch einen schönen restlichen Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschö mit Öl. Euer Basokaso.